Der Wichs hat alles aufgenommen. Bin ich nur entkommen? Ich hab auch mein Handy! Ich werde versuchen, dir weitere Peinlichkeiten vor der Öffentlichkeit zu ersparen. Du trägst Rückenfreie, hatte ich nicht erwartet. Es geht doch nicht etwa viral. Das läuft in den Nachrichten! Wir haben auch gleich noch seine Webcam gehackt und dabei hochinteressante Sachen erfahren. Kein Kommentar, kein Kommentar, danke! Was ist denn hier los? Was ist mit dir los, Blondie? Sagtest du gerade Blondie? Sie ist die Außenministerin! Ist der Hai? Ja, er ist betrunken und dumm. Ja! 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 Ja!